So nicht anders, Lasse. So nicht anders. Natürlich. Jo. Jo, Tom, warum bist du denn gebrochen? Ja. Wurdest du beim Cup allein gelassen? Nee, ich hab gerade eben den PlayStation Cup gespielt. Ja. Wer? Wer gefragt hat? Ha, ha, hier, Mann. Du hast gefragt. Hä, du hast gefragt. Ja, ich wollte aber wissen, wer? Du mit deinen Mates, oder? Nein, das war ein Solo Cup. Ich halt. Ach so. Ach so, du. Du hast mich für ein Solo Cup sitzen lassen. Okay. Ja, kein Wunder, dass du aus dem Maul bekommst. Du bist auch scheiße in dem Spiel. Ja, komm, fick dich, Digga. Nee. Jo, Tom, erzähl mir deine Probleme. Ja, einfach early gestorben zweimal. Dann war ich tot. Ja. Also, auch innerlich. Ja, du Armer. Gibt's kein Gratis-Bruno-Marskin? Nee, glaube ich nicht. Oh, der muss den Kasspieler, ich der Beste linde. Lass es. Oh, die Energie erfasst mich wieder bis in den Titel. Ja, lass es so. Nicht anders. Oh mein Gott. Das ist das... Ach, du hake, Alter. Wenn jetzt die Runde kommen, dann landet das auf YouTube. Lasse. Und du kommst in den Titel. Und du kommst in den Titel. Wie viele Abonnenten hast du denn bei YouTube? 264. Die machen alle glücklich. Sowas erwarten sie. Ach, Digga. Oh mein Gott. Phil, Alter. Wir brauchen die Energie auch wieder von dir. Junge Phil, deine Energie muss jetzt auch mal hier durchhuschen. Oh je. Ich spür sie. Ich spür sie. Ich spür sie. Ja, ja, ja. Jo, Tom, bist du einverstanden? Ich riech den Win. Ich riech den Win. Also, siebter Platzländer auf jeden Fall. Okay, das ist eine Ansage. Chat, ihr habt's gehört. Jo, Tom, bist du damit einverstanden, wenn Phil in den Titel kommt? Ja, ja. Nee, Phil. Du und Lasse. Ich hab einen getötet. Das ist cool. Das ist nicht... Ne, Lina, ne Striker, Digga. Jetzt mach ich alle Plop. Die werden die Energie lieben, Tom. Wie sagt die Idee, der positive... Fuck. Jo, ich krieg direkt aus dem Maul, Digga. Ja, ich krieg hier. Direkt eingetickt, also. Aber wir sind zwei Gegner. Nein, Lasse. Nein. Chill. Ich hab mich grad sterben sehen. Ich hab mich gerade gebetet. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 36. Oh, den Spiel. Jetzt geht's ab. Jungs, das wird die Runde. Das wird die Runde. Jungs, das sieht bei der Hilfe. Richtig, richtig. Jo. Die kriegst du, wenn ich mich geheatet habe. Da sind zwei Leute. Warte, bitte, kommen wir zwei Leute. Ich kann nichts machen. Ich hab keine Materialien. Ich kann nicht rüber. Scheiße, Alter. Junge, Tom braucht unsere Hilfe, Jungs. Ja. Aber ganz dicke. Tom, ich bin unterwegs. Oh, mein Gott. Zwei Leute in mir. In mir. Das soll ich jetzt spielen. Zwei Leute, die weglaschen. Nein. Nein. Hab einen, hab einen. Phil, Junge. Phil, wo ist die Energie? Hab beide. Tot. Oh nein, das war es auch mit mir. Ich hab die Energie. Der, der ist so wanted. Ich spiel jetzt. Chat, habt ihr gesehen. Jungs, was war mit dem guten Platz? Warte mal, du streamst auch nix, Digga. Nein, ich stream nicht. Ich stream nicht. Nein, ich stream nicht. Das ist immer nur so, weil er sich dann cool fühlt. Der Insider. Chat, jetzt wird sich der Platz geflärt, Digga. Der fühlt es genauso wie ich. Digga, Alter, ist ja so ein Lurch, Alter. Ich rieche das richtig. Ich bin richtig dumm. Nee, ich habe Lurch gesagt. Ich bin trotzdem durch. Ja, okay. Jetzt gibt es aufs Maul, Alter. Jo, Phil, die carry'n uns. Ich kriege die ganze Zeit aufs Maul, Digga. Und jetzt treffe ich mal hier fast in Partys. Ah, fuck, ich schreie gleich selber. Hallo, Akpah. Hallo, Akpah. Hallo, Akpah. Ja, nicht zu viel, okay. Sonst werde ich wieder von den Medien kritisiert. Auf die Fresse mit dem Dynamo. Sehr stark. Oh, da ist noch einer. Lasse, so muss es sein. Sehr gut, Tom. Phil, die haben uns gerade echt im Rucksack. Junge, da sind auch noch mehr Plätze, wenn ihr alle tot seid. Lasse, deine Fürsorglichkeit ist 1A. Lasse, die ist super. Hast du ja alle Karten? Da sind, glaube ich, noch welche links von dir, Lasse. Ja, ja. Und ihr auch, Tom. Tom, das ist übrigens ein cooler Skin. Der ist tot. Tom? Ach, bruh, ich wollte ihn gerade so krass pushen, ne? Ja. Wenn du willst, kannst du mal bei einem Skin-Contest mitmachen. Die aus meiner Schule haben gesagt, dass sie mal Bock auf einen Skin-Contest mit Preisgeld hätten. Ja, hätte ich auch, hä? Ich hätte auch drauf. Nee, du bist nicht eingeladen. Ich bin eingeladen. Okay, wenn wir die Runde holen, bin ich eingeladen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis der kommt, aber du bist dann vorgemerkt, Lasse. Ich bin dann aber richtig vorgemerkt. Ich bin dann auf deinem VIP-Ticket. Ja, Lasse, aber es ist dann auch hier mit Story-Tanz-Duell und so, ne? Ist dann hier auf Standard-Grill angelehnt. Also meine Skin-Combo, die lässt sich schon sehen, ne? Muss ich dir mal sagen. Die ist ganz nett, ja? Aber ich weiß nicht, ob Tom könnte halt mit Scheiß-Skin punkten. Also seine Skin-Combo ist echt hartscheiße. Wenn ich zum Scheiß-Skin-Skater, dann bin ich ganz vorne mit dabei. Hab ich viele. Lasse, ich glaub, man kann ich nicht übertreffen. Gesichert, so'n Ding. Tilted ist gesichert. Ich hab null Kills. So muss das. Chat. Chat. Einsteigen. Ja. Chat, wir haben jetzt die eine Million Abonnenten geknackt auf YouTube und auf Twitch schon die zwei Millionen Follower. Egal, diese Zahlen, ne? So dämlich, weil das beide nachgekommen. Weißt du, beide so ganz gerade. Siehste, Tom, die Bühne? Oh mein Gott, Alter. YouTube jetzt die 650 Voller und danke auch nochmal wegen Twitch an die 1,1. Yo. Jürgen hat 400 Euro gespendet. Danke, Jürgen. Und er schreibt. Und er schreibt. Ich muss ja mal steuern. Fick dich, du. Jürgen, du hast mir nur 200 gespendet wegen meinen Steuern. Stimmt, Jürgen. Die Hälfte geht an. Die Hälfte geht an meine Follower, an meine Fans. Jürgen, ich will jetzt nicht abgehoben sein, dann muss er noch mal was kommen. Hast ihn gehört. Hier sind Gegner, ne? Jo, Tom. Ja, ja? Ja, schade. Ich wollte gerade sagen, ich brauche deine Hilfe. Was ist Gegner? Das kann nicht sein, Jungs. Ich habe meine Sniper gerade weggelegt. Jetzt muss ich meine Sniper wiederholen, dann klatsche ich die. 130. Sauber. Geh zu Niklas. Hier sind zwei. Ja, wow, das sind ja Ultraviele. Digga, kannst du erst die MP richtig scheiße? Ist die neue? Das ist möglich, ja. Ja, das ist sehr möglich. Ich wurde aber auch überrannt. Ja, ja. Aber hier sind viele. Hier hinten alle. So, Tom, ich vertraue jetzt dir. Die Zuschauer sehen jetzt Gameplay vom Feinsten. Ich habe 187 Holz, das ist ganz wichtig. Aber doch nicht mehr, hab verbaut. Oh mein Gott, Tom. Stark. Boah, die Waffe ist so kacke zum Sprayen. Jetzt der nächste, der nächste. Komm schon, komm schon. Zeig deinen dreckigen Schild. Digga, Tom, das sind die Hits. Tom, alter, was war das denn? Hab ich gesehen. Ey, ey. Ich habe keine Wätze. Scheiße. Hey, Jungs, wir klatschen die. Ich habe Pizza für dich. Ich habe recht. Da kommt der. Was ist denn? Haut ab, haut ab. Was macht denn die überhaupt? Wir klatschen die. Wir klatschen die kurz weg, Schild. Dynamo und Homo. Fuck, wir müssen weg, Jungs. Sie sind die besten. Ihr müsst meine Karte zurücklassen. Wir müssen deine Karte zurücklassen. Wir holen die aber. Ja, der eine ist White. Also, die Gegner holen wir. Wenn die die jetzt holt, dann... Wahrscheinlich. Doch, doch, die... Ah, ich bin tot. Daumen, das wird schon. Das ist schon wieder... Ich schalte mal rüber zu Lasse. Der John Wick ist low. Yo. Komm, komm, komm. Setz dich hin. Ja, Mann. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Digga, dieses Teamwork. Ja. Chat, ich bin so fett im Rucksack. Meine Güte. White, White und... Sehr stark. Ich geh hoch, ich geh hoch. Zwei Leute noch. Komm, die einmal. Die kriegen auch noch. Hat jemand Pump, Mul? Ich hab null. Ja, ich hab ordentlich. Komm her. Da kommt noch mehr. Auf mir, auf mir. Auf mir, auf mir. Ich bin ein Zapp. Ich bin ein Zapp. Hab ihn, Abin. Sehr stark. Komm schon. Friss, Alter. Friss mein Bleib. Friss mein Bleib. Ich hab einfach jeden Kill abgestoppt. Let's go. Scheiß drauf, Junge. Let's go. Ich hab Tickets. Der Dynamo, der hat einfach keine Chance gehabt. Das war ganz klar für ihn. Hat jemand ein Medi oder so? Ach, wir brauchen ja alle Schraube. Starke Sache. Jetzt holt ihr mich mal ganz kurz zurück zu den Lebenden. Das riecht hier nach einem Wind, Chat. Der Junge versteht, wie ich die Aufnahme. Das ist hier ein emotionales Erlebnis für die Zuschauer. Brechen alle in Tränen aus wegen diesem exquisiten Teamwork. Das war echt krass, ne? Also jetzt mal... Ja, die wollen mehr von euch. Das war ultra krass. Das war ultra krass. Junge, die ganze Zeit ein Logo gemacht. Der nächste kam von hinten und hat ihn weggefickt. Okay. Ja, das soll ich sein. Das sind meine achtjährigen Zuschauer. Das sind keine guten Wörter. Die dürft ihr nicht benutzen. Das ist aber trotzdem die Zielgruppe, ne? Ja, hast recht. Wenn er weggefickt werden, heißt doch Lolli bekommen. Ja, hast recht. Okay. Dann kann ich ja auch einstellen. Ist für Kinder. Ja, Jungs. Ich gebe ihm aber, fuck, ich wollte gerade eine Runde die exempelis ausgeben. Jetzt will ich ihn nehmen. Jetzt hat er sich eine gekauft. Das war ein Dancentager. Er hat ja jemand mit Pormets. Ah, Scheiße. Ah, der Chat. Der Chat liebt dich. Der Chat liebt dich. Big band. Achter. Big band. Der riot mag ich nicht aufs Maul. Kriegt man einen Fallschaden? kann man damit durchfahren ja da ist oben drin und öffnet ja zu spät einer hat neunzehner ich hab keine munition mehr okay das wird ein sohn feiert wie viele leiden die waren die aber die haben schiss die haben richtig die haben richtig eierflattern und ist so und deswegen ich habe spider-man ich lasse euch dann mal zurück danke lasse der chat schreibt doch einmal keine eins mehr für dich in den chat ja das ist wieder beruhigt und ich sammle natürlich material für die ganze die sind gern nordorden genau kann kann uns jetzt lager weiter das war prüfen ich hab ich hab weder metz noch munition munition habe ich sicher lasse kannst du ein paar shotgun und sturmgewehrschisse abdrücken ich kann alles abdrücken dann würde ich da ein bisschen was nehmen ja komm her gar kein problem hier danke kuss 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 das war viel zu viel jetzt hab ich keine moon mehr was brauchst du ich hab dir einfach alles gedroppt ich hab dir einfach alles gedroppt na warte dann brauchst du noch mehr ja das ist gut naja ok sicher sicher ja sicher einen p-mon kriegst du wenn er kommt mit oh schön äh nimm ja ich hol sie sofort ich hol sie dir ich fähre mir noch ein bisschen für die Fam Tom wer sagt das immer dieser aus Fast & Furious hier der sagt doch immer Familie ja 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 wie ist der wind ja winddiesel winddiesel so ein Spacken so ein Spacken oh ja das kann in den Titel winddiesel ist ein extra Fragezeichen das kommt ins nächste FAQ Tom ist Winddiesel ein Huprinsohn Fragezeichen ey hilfe 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 naja ich bin irgendwie nicht so unterwegs am besten musst du dann diesen Familien Song einschwingen this is for family na wie ging das denn nochmal hieß der nicht da irgendwie Toretto oder so Tom Toretto ja genau wie hieß denn dieser Song Digga hey Jungs da geht der Reh ab bei euch ja ey wo seid ihr ja willkommen jetzt ich bin tot ich bin tot ich bin nicht tot ich komm nicht äh 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 retten guck du kannst du dich helfen oh Junge Alter Phil der 31er ist richtig im Fight 150er toten oh ist schön oh ich glaub Phil ist so richtig gut Phil der Phil ist gerade ich bin so so high manchmal bin ich gut Gott Tom Junge ich bin so kacke das ist unglaublich ich verkack gerade alles schade ich bin gerade auch ein bisschen weckt 70 wir werden angeschossen da drüben abhin 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 hätte ich einen Sniper ne der wäre schon lange tot dieser Hurensohn erzeugen abh abh jo Phil danke sofern ist ihr für mich auch ein bisschen bestimmt was ey wo ist die Krone ich brauche die Krone ich brauche die Krone aber du bist echt der YouTuber ich weiß gar nicht wer der YouTuber ist aber irgendjemand ja ich bin der YouTuber ja Tom ist der YouTuber hinter uns hinter uns hinter uns hier unten drinne Jux low nicht low aber auf jeden Fall ist jawoll ja endlich hab ich mal was beigetragen weh Alter ich hab Lowdout das lobt mir keiner Gegner rein da rein da hat jemand Material ich hab nur 110 für dich nicht ja ok sorry Jürgen ich hab Materialien vor mir vor mir wer wer braucht denn ich brauche ich brauche ich brauche wer der YouTuber der YouTuber nein ich bin das L4333D ey Jungs Digga das ist hier so ein Rumgespray ja ne das ist so die größe Rotze ich weiß immer wo die sind hinter uns hinter uns süden ist auch noch jemand ey Jungs ich bin Out of Mets gleich ja guck mal her ich hab was für dich ui ich kann dir auch was geben ja gib mir was bitte jetzt Junge ui 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 wow wo warst du das denn her äh die lagen da rum achso die lagen da rum achso die lagen da rum ey hier sind doch richtig viele ne ne einer ist im Highgrund jo ne wir müssen Phil dem 31er helfen Phil Junge Deiner hat nen Headshot aber der meint's richtig ernst Phil Junge ja Phil Junge die meint's ernst die meint's richtig ernst Tom Tom komm den kriegst du YouTuber wo willst du ich bin hier unten eins unter dir NEIN GG lasse wenn du das jetzt holst ey Digga warte ich hab keinen Rucksack an ich fack euch ja trotzdem rein lass du kannst mich free holen komm her komm her ganz frei hinter dem ganz ganz frei ganz ganz frei ganz ganz frei gar kein Ding sowieso hi ich bin der King im Rewai Win oh mein Gott Chat ihr seht ihr seht's oder das Ding ist das Ding ist wir werden verkackt weil wenn die uns hier ähm hören dann sind wir am Arsch wir sind direkt raus ne ganz nein ganz leise spiel mich einfach leise Tom gönn dir das mal ich will tanzen ne natürlich tanzen ja Tom da unten liegt noch Spider-Man rum brenzliche Situation jetzt hier er baut es sind noch zwei gegnerische Teams haltet euch einfach zurück und lass die ich sag doch wir werden siebter Alter ich bin der Beste naja so ah ok ich weiß nicht jetzt das siebter ne also ich mein so sieben sieben Leute ne ja ok lass den lass den der 80 Schuss cool Lasse wusste einfach was passieren wird geht da noch mehr Lasse? natürlich geht da noch mehr Alter wenn das nicht der Sieg wird dann weiß ich auch nicht das wird der Sieg was denkst du denn? ich bin tot ich bin tot ich weiß boah sind das alles für die Rackner Rücks ja lauf weg lauf weg lauf weg ey du hast Haftgranaten komm ja was ich ui danke ah ja nimm meine Sachen nimm meine Sachen vielleicht nimm deine Sachen ich brauch ich brauch ich brauch ich check gar nichts ob die Luni unter mir oder in meinem Marsch stimmt Digger ich brauch Hilfe ne ich hab keine Minis ja ich weiß das was Lasse ich glaub über dir warum sind das irgendwie viele Leute die gehen nur auf uns hinter dir Lasse bau dich einfach ein einfach turtle ganz entspannt Digger ich hab alles mit dem Trolle ja das hoffe ich doch ich muss nur pissen wie den oh mein Gott nein nein Tom Digger also er hat einfach durch die Wand geschossen ach so du musst jetzt defensiv spielen das sind zwei gegnerische Teams guck her guck her die sind dumm wie ein Stück Brot noch nicht die sind gar nicht dumm die haben mich gecheckt Digger was macht denn der Gegner alter ich sitze grad im Mund offen ne ganz ganz brenzlig Jungs oh mein Gott ist das ein Spacken ja gleich krieg ich Asthma alter der Chat fiebert somit willst du Tom holen gehen? nein sie tragen mich die Dinger das wär irgendwie cool Team wie? als ich jetzt hab gar nicht die Team alle ja die Team einer ist in deiner Box ne? und zwei andere davon ey die Team aber wirklich nein das sind keine das ist ein Team komm jetzt kannst du ihn killen ja finish nein oh der war solo ey wir haben nicht mehr 20 kills alter Jungs die Runde landen trotzdem auf Youtube weil es war einfach die Energie war da ja ja der Chat spanned grade der rastet aus boah jetzt sind es 300.000 naja naja wir haben das Glurak gezogen Jungs so nicht anders bis zum nächsten Mal und tschau tschau das wars alter das war der 31er Phil alter tschau